Lotto Roulette, es wird spannend Deswegen schauen wir mal, dass wir möglichst den Wochenrhythmus beibehalten oder so oder einführen wie auch immer Let's go! Nummer 1 So, ziemlich lange am Törnern und Drehen und allem drum und dran Nummer 1 ist die schwarze 35 also wenn ihr schwarz oder 35 habt dann hättet ihr jetzt gepunktet Nummer 2 Da haben wir folgendes Die schwarze 4, wie es ausschaut Ja Schwarz oder 4 Nummer 3 Der dritte Zug, da haben wir folgendes Oh, dritte Drehung besser gesagt Die schwarze 15 Okay Der dritte Zug ist schon schwarz, krass Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht Das ist schon wieder schwarz Die schwarze 10 Okay, hier Schwarz Schwarz oder 10 Nummer 5 Komm nun ran Komm nun ran Da haben wir Wen wundert es was schwarzes? Die schwarze 17 Dann haben wir jetzt hier Dann haben wir jetzt hier Schwarz 17 Und so ist es Ich hoffe euch hat die Runde gefallen Macht wieder gerne mit Danke an alle, die bisher teilgenommen haben Und ja, bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ja Ciao 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 Ciao